Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, werden wir den Brumble Cocktail selber machen. Wenn du wissen möchtest, wie man das Brumble Cocktail Rezept von Dick Bradley zubereitet, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Shaken Joy. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Der Erfolg dieses Drinks liegt meiner Meinung nach in seiner Einfachheit. Denn es ist im Grunde genommen ein Gin Sour mit Brombeeren. Zubereitet wird der Trink eigentlich mit Creme de Mure, einem Brombeerlikör. Da ich aber keinen besorgen konnte, da die Geschäfte in der Umgebung entweder keinen hatten oder die Lieferzeiten mir einfach zu lange waren, habe ich einfach beschlossen, ich nehme den Chambord Likör und werde mit dem das Ganze zubereiten. Denn der Chambord ist eine Kreation aus Cognac mit schwarzen Himbeeren, Brombeeren, Vanille und anderen Zutaten. Und ich denke somit ein gleichwertiger Ersatz für die Creme de Mure. Der gute Bradley, der leider viel zu früh von uns gegangen ist und nicht nur den Bramble und den Espresso Martini erfunden hat, sondern auch noch viele weitere Köstlichkeiten, wird mir, ich hoffe, sicher nicht böse sein. Im Laufe der Zeit hat Bradley übrigens nicht die Rezeptur geändert, die ist gleich geblieben, aber doch seine Zubereitungsweise. Denn Anfang der 80er Jahre hat er den Drink noch direkt, direkt im Tumbler auf Crushed Ice zubereitet und mittlerweile schickt er die Zutaten und flotet zum Abschluss den Drink mit Creme de Mure, in dem Fall eben mit Chambord. Und so machen wir das jetzt auch. Bis eben auf den Creme de Mure und beginnen werde ich mit 45 Milliliter Gin. In dem Fall einen London Dry Gin von Gordons. Welchen Gin du dafür verwendest, überlasse ich selbstverständlich dir. 45 Milliliter Gin, dazu gebe ich jetzt noch 25 Milliliter frisch gepressten Zitronensaft. Bevor ich die Zitrone auspresse, gebe ich hier wie immer eine leichte Massage, damit die Frucht kann man im Inneren aufplatzen und man sie somit besser pressen kann. 25 Milliliter. Und eine bräuchte ich dann noch, die war nicht so ergiebig. Dann nehme ich noch eine. Hat ein bisschen Saustall hinterlassen, deswegen wische ich da kurz weg. Aber wie heißt es so schön, wo gehobelt wird, da fallen bekannterweise Späne. Jetzt gebe ich noch 10 Milliliter, also 2 Barlöffel Simple Sirup dazu. Das balanciert quasi die Süße mit aus. Und jetzt gebe ich einfach etwas Eis dazu und shake das Ganze. Kurz und kräftig. So, und da wir das Ganze, wie vorhin schon erwähnt, in einen Tumbler mit Crushed Ice servieren, befülle ich den Tumbler natürlich mit Crushed Ice. What else? Okay. Abseien mit dem Haushaltsdrainer. Und in etwa 20 Milliliter Champort einfach nur floten. Langsam drüber. Kurz umrühren. Und mit einer Himbeere, beziehungsweise, entschuldige, Brombeere, damit da keine Verwechslung entsteht. Und einer Zitronenspirale dekorieren. Und, that's it. So, über den Trink auspressen, sozusagen, dass die ätherischen Öle auch auf den Trink kommen. Und, that's it. Natürlich, wow, sehr lecker. Bist du gescheit? Die Zitrone in der Nase. Wenn man aber dann einen Schluck davon nimmt, hast du sofort die schwarzen Himbeeren, beziehungsweise auch die Brombeeren und die Vanille. Ja, der Trink ist echt köstlich. Wenn dir das Video übrigens bisher gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Like gibst und es mit deinen Freunden teilst. Denn, damit hilfst du mir, dass dieser Kanal wächst und stellst somit auch gleich sicher, dass ich weiter für dich Videos drehen kann. Und bevor ich auf die Geschichte des Trinks zu sprechen komme, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, ob du überhaupt schon mal so eine Köstlichkeit getrunken hast. Hm, sehr, sehr erfrischend. Übrigens, Bradley hat diesen Trink Mitte der 80er Jahre kreiert, als er Barmanager im Fred's Club in Soho gearbeitet hat. Eigentlich hat er den Trink aus reiner Sentimentalität erfunden. Er wollte nämlich einen Trink kreieren, der ihn an seine Kindheit auf der Isle of Wight erinnerte. Als er sich beim Ergattern der schwer fassbaren Brombeeren an den Dornen der Brombeersträucher aufgekratzt hat. Ohne Kratzer, aber dafür mit einem köstlichen Trink in der Hand. Danke ich dir fürs Zusehen, wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen und freue mich natürlich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, noch eine schöne Zeit, mach's gut. Ciao.